Ruggel ist so cool, weil man hat alles was man braucht. Es hat einen Pump-Track, es hat einen feinen Restaurant, z.B. der Tang. Oder man kann auch einfach ins Perkli gehen, auf den Tisch, auf die Bank hoppen, die Bank hoppen und auch die Tour geniessen oder einfach spazieren im Ried.